Ne, da hat der Chrissy Crane Wips hier in seinem Tutorial vor kurzem zwei Mothership Aliens gebaut. Da baut er immer Coils und Coils und da fragt man sich, was macht der mit diesen ganzen Coils? Ich meine, die können da doch nicht alle dampfen. Na, tut er auch nicht, der verlost die, weil, es ist schon wieder soweit, die 300 Abonnenten-Grenze wird durchbrochen, ich weiß nicht, in den letzten ein, zwei Tagen müsste es passiert sein und wie schon gewohnt werde ich wieder was verlosen, nämlich was Handgemachtes, was von Herzen kommt, nämlich diese tollen Mothership Aliens. Das war's für mich. die ich wie gerade erwähnt in meinem neuesten Coilbuilding Tutorial gefertigt habe. Beide mit fünf Raps. Einmal so für eine Velocity-Aufnahme. Kann man natürlich noch knicken für normale oder Plattenaufnahme. Und einmal so ein bisschen im Pharao-Style. Ja, die gibt es zu gewinnen, Freunde der Sonne, Praise the Sun und so. Ich will wie immer Danke sagen für eure Treue und dafür, dass jetzt schon die 300-Abonnenten-Grenze geknackt wurde. Das finde ich geil. Ich hoffe, es geht so weiter und ich bin doch mal irgendwann bei den 500 und bei den 1000, dass es auch mal ein bisschen schneller geht vielleicht. Naja, ich hoffe, dass meine Videos dazu beitragen und dass die jüngsten Videos auch einfach von der Qualität her ein bisschen besser geworden sind, ein bisschen knackiger und so weiter. Und ich glaube auch diese Coilbuilding-Reihe jetzt kommt ganz gut an. Und tatsächlich passt das auch vom Timing, weil ich auch erst jetzt mich wirklich so firm fühle, euch mit sowas zu versorgen, weil ich natürlich auch irgendwann mal angefangen habe. Und ich will keine Tutorials machen von Dingen, von denen ich selber noch nicht so wirklich einen Plan habe. Aber hier bei solchen Dingen, das kriege ich inzwischen ganz gut hin, glaube ich, finde ich. Und ja, was liegt dann her, als euch da was von wiederzugeben? Und wie immer, wie in den vorherigen Gewinnspielen auch, ist das Teilnehmen einfach. Ihr schreibt einfach unter dieses Video einen Kommentar mit dem Hashtag christengrimwapes300. Alternativ könnt ihr auch auf Facebook den zugehörigen Post, der wahrscheinlich jetzt auch schon online sein sollte, kommentieren. Ebenfalls mit dem Hashtag christengrimwapes300. Oder ihr macht am besten beides, weil es ist so, diese tolle Pharao-Style Mothership-Alien könnt ihr über Facebook gewinnen. Das heißt, ich lose einmal Facebook aus und einmal YouTube. Und diese andere hier im Velocity-Style, die gibt es hier auf YouTube zu gewinnen. Das heißt, wenn ihr hier kommentiert, seid ihr bei der Verlosung für diese Coil dabei. Wenn ihr bei Facebook kommentiert, seid ihr bei der Verlosung für diese Coil hier dabei. Natürlich könnt ihr auch beides tun und seid bei der Verlosung für beide Coils dabei. Wäre verrückt, wenn jemand beide Coils auch noch gewinnt. Aber es ist sehr unabhängig. Ich meine, das kann passieren. Wie immer werde ich dann auch wenn das Gewinnspiel vorüber ist, eine unabhängige Auslosung live mitschneiden und euch dann auch in einem Video präsentieren. Ab heute wird das Gewinnspiel zwei Wochen dauern und dann um 0 Uhr 0 Sekunden enden. Eine Teilnahme nach diesem Zeitpunkt ist nicht mehr gültig und ab dann werde ich eben zeitnah die Gewinne auslosen und dann auch informieren und bekannt geben. Das alles auch noch mal zum Nachlesen in den Teilnahmebedingungen hier unten in der Beschreibung oder auch auf dem Facebook-Post. Da steht das auch noch mal. Könnt ihr alles noch mal nachlesen, was genau ihr tun müsst und wie es funktioniert. Ja, dann kann ich nur sagen, viel Glück und viel Spaß bei der Teilnahme. Ich sehe gerade eine Null und noch eine Null oder zwei andere Dinge. Naja, aber irgendwie habe ich gerade Bock hier. äh, Moment... Moment... Äh... Tsch... 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 Tada! Applaus 300 Abonnenten, yeah! Haut rein Leute, keep on vaping und vielen Dank für euren Support. Yippie yay yay! Bis zum nächsten Mal.